Musik Einkaufen ohne lästige Warteschlange an der Kasse, das verspricht dieses Start-up aus München. Jedes Produkt wird mit einem Diebstahlschutz versehen. Der Unterschied? Mithilfe einer App kann das Produkt schon am Regal bezahlt werden. Der Diebstahlschutz wird dann deaktiviert und der Kunde kann seinen Einkauf mitnehmen. Ohne Umweg über die Kasse. Doch auch der Händler profitiert. Geringere Personalkosten und natürlich weniger Diebstähle. Ganz ohne stationären Handel kommt diese App aus. Dank 3D-Körperscan sollen Sweatshirt, Jeans und Co. demnächst garantiert in der richtigen Größe im Online-Shop bestellt werden können. Vorbei also die Zeiten, in denen der Nutzer noch mehrere Varianten des gleichen Produkts kaufen musste. Vorteil? Die Zahl der für den Handel teuren Rücksendungen soll deutlich abnehmen. Ganz ohne Rücksendungen hingegen könnte diese Lösung auskommen. Kunden entscheiden sich im Laden für ein Produkt oder lassen sich ausführlich beraten. Produktmuster vor Ort, etwa ein T-Shirt oder die passende Bohrmaschine, können zwar an- oder ausprobiert werden. Das Objekt der Begierde selbst wird dann aber bestellt, bezahlt und bequem nach Hause geliefert. So können die Vorteile des stationären Handels mit der Produktvielfalt der Online-Shops kombiniert werden.